Hallo ihr Süßen, ich bin's nochmal. Und zwar habe ich was ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ich habe vergessen zu sagen, wie lange die Verlosung geht. Es tut mir sehr leid, ich habe ja in der Verlosung auch hier so eine Blase eingeblendet, dass ich es vergessen habe. Aber ich wollte es euch jetzt nochmal sagen. Und zwar geht die Verlosung vom 6. Juli bis zum 3. August. Also genau 4 Wochen habt ihr Zeit, Kommentare zu schreiben. Und ja, ich wollte es einfach jetzt nochmal wirklich sagen, dass ihr es genau wisst. Weil manche drücken sich die Blasen hier weg und ja, nicht dass Missverständnisse entstehen oder das, was weiß ich. Ich habe es einfach in meiner Freude vergessen. Über die ganzen Abonnenten und über die schönen Sachen, die ich euch verlose. Und ja, seid mir nicht böse, ich werde es wieder gut machen irgendwie. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Glück bei der Verlosung und bis bald.